Willkommen zu einem neuen Video. Heute nur ganz kurz. Beim einmal haben wir die First Aide Station gemacht, richtig mit langen, ausführlichen Tutorials. Heute nur ein Schnelldurchlauf. Also ich lass gleich Musik wieder über ein Speedmodelling oder Speedpainting abspielen und dann war es das auch schon. Dann viel Spaß dabei. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.